Wir freuen uns auf unseren neuen Garten. Ich freue mich auf den ersten eigenen Honig. Ich freue mich auf frische Kräuter. Ich freue mich auf das erste frische Gemüse. Ich freue mich auf das Naschen im Garten. Ich freue mich auf die selbst geernteten Kartoffeln. Miteinander zum neuen Garten. Bei der Raiffeisen Basketball Charity 2014. Mit ihrer Spende wird es möglich. Am 20. Dezember, 18.30 Uhr, Balschportale. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.